Keine Begrüßung? Ne. Nein. Hallo. Und damit herzlich willkommen. Harto? Hallo. Das meinte ich nicht. Ja, gut. Operator fehlen? Nö, ich sag erstmal Hallo. Oh, kein Blackbeard. Ne. Ein Dreck nicht direkt die Taktik verraten. Richtig. Bin ja mal gespannt hier, was ihr jetzt hier macht. Vor allem mit Twitch. Kein Fall. Alles Gewinn machen. Kein Rein und Gewinn. Ich glaub ich mach meine Sens nochmal ein bisschen tiefer. Ranked ist ja ziemlich krass, ich bin so ein Casual-Spieler. Casino. Ist auch nicht anders. Außer, dass du wählen kannst, wo du spawnst. Ja und die Leute machen alle ernst. Ja. Das ist aber auch nur so Semi. Das ist ein Gerücht. Empires und Studien haben das noch nicht bewiesen. Der Castle macht hier Castlevania. Das ist natürlich ein Blackbeard schön gewesen. Äh, weil Kyrie rennt oben, weil Kyrie rennt oben irgendwo rum. Würde ich fast sagen, rennen wir einfach rum, ist egal. Dass wir über, ich weiß nicht, vorne oder hinten rein? Sind wir ja eigentlich hinten, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ich würd erstmal vorne ein bisschen Druck machen. Ich hab nur die... Dieses Aufschießen ey, dann krieg ich jedes Mal immer. Ist der immer noch Gang und Geber, dass die Leute direkt am Anfang rausgucken? Ja. Wahrscheinlich. Ich fahr da mal mit der Drohne rum. Ob der erste Raum frei ist. Ich mein, ist es ranked? Ja. Ja, erster Raum ist frei hier vorne. Der direkt oben. Von oben ist jetzt die Valkyrie aber gedroppt. Die geht jetzt aber in den Raum rein. Also in den Objekte kommen. Wir müssen doch ganz oben nochmal stärken. Ich werf eben ne Kamera nach oben. Dann decke ich dich gar nicht. Du stehst mich genau im Gang. Fatou, geh du mal in den Raum hier, wo du jetzt dran stehst. Rein. Ganz oben haben die ne Falthilfe verstärkt. Aber... Ne Person... Kann... Beide Falthilfe haben sie hier oben verstärkt. Die können hier nochmal knacken. Kann jemand den Gang hier checken? Mit den Treppenhaus. Raum. Auf jeden Fall. Zumindest läuft hier oben keiner rum. Warte, mach ich. Wohnen ist aufm Weg. Aber Breezer ist auf Fuse, ne? Ja. Kann doch locker oben durchsprengen, oder? Die Frage. Wie immer brauche ich einen, der hier auch sprengt. Die rechte. Die ganz rechte Wand auf. Da ist einer drin. In dem Raum geradezu, wo ich gerade gesprengt habe. Schieß rechts unten an die Kante. Rechts unten an die Kante. Ach, der ist gar nicht verstärkt. Gerade die musst du verstärken. Da kannst du noch sprengen. Ja, ja. Da saß der gerade eben noch. Der sitzt wahrscheinlich immer noch in der Ecke irgendwo. Ist der eine Drohne oben? Ne, Bereich sichern. Oben ist immer noch keiner. Ja. Fickt ihm da nochmal Grüße durch. Ja, der ist da. Nichts erwischt. Drei Stück immer noch im Raum. Oben ist einfach keiner. Hm. Ja. Wo ist denn hier die Kamera? Ah. Hast du? Ja. Ich habe einen Hebel. Ich habe einen. Ich habe einen. Einer. Oh. Einer ist hier. Hinter dem Tresen. Hinter der Wand. Hier. Okay. Genau hinter der Wand. Mach dir einmal die Wand jetzt hier auf. Ja. Mist. Hier kann ich nicht. Die Ecke schießend. Hab ihn. Boah. Das ist tot jetzt. Komm mal. Oh Gott. Boah. Oh. Vollflash. Die fliegen auch immer so komisch. Den Aids. Baut er weg. Einer ist nochmal down. Oh. What the fuck? Wollte ich wieder rein? Zusage jetzt nix. Nice. Hab ich ihn? Ja. Ja. Der eine. Guck euch das mal an. Achtung. Jo. Ich war vollflash. Das Aiming zum Schluss. Ja ich. Ich habe nichts mehr gesehen. Einfach nur noch. Voll weiß. Deswegen habe ich ja gefragt. Ob ich ihn hab. Ähm. Ja. Was sollen wir nehmen? Eine gute Runde. Ähm. Casino haben die gerade gehabt. Küche ist glaube ich ganz schön. Ähm. Der eine hat sich leider durch die Wand gebackt. Hinter dem Tresen. Als er aufgestanden ist. Hat man seinen ganzen Kopf durch die Wand gesehen. Bitter. Hast du den direkt abmontiert? Ähm. Ich habe dann die Tür aufgemacht und direkt eine Granate auf ihn geworfen. Ja. Hier fang. Ähm. Ich mache die Falltür. Okay. Verstärkt. Westen. Brauche ich noch einen der verstärkt? Mach den Langgang mit. Ich weiß gar nicht. Hier ist nur eine gefährlich oder nur zwei. Hier kannst du auch nicht durch die Decken fusen. Wir müssen hier noch machen. Also hat noch eine eine Wand. Ja die muss auf jeden Fall hier noch. Wohin? Das ist der Langgang. Da links neben mir. Okay. Ne. Nicht da. Nicht da Fatou. Hier. Ich habe noch eine. Krass auf. Aber wir sehen jetzt den anderen Nebenraum nicht. Bei dem Tiefkühl. Tiefkühl. Ja da brauchste ich einfach noch eine. Hab keine mehr. Bin auch. Out of walls. Ja dann mach ich ja die Tür zu. Ja dann mach ich ja die Tür zu. Scheiße mich hat eine Drohne gesehen. Ich mach jetzt Küche zu. Und ne. Machen die davon nochmal zu. Ne ne. Das ist offen. Wir müssen weggekommen. Bei dir bin einer von wo die kommen. Kann einer an der Kamera machen. Ich geh grad in die Camps. Geh mal durch. Die haben auf jeden Fall schon. Deck. Bei den Camps weg. Über mir ist einer. Ne das ist Fatou. Doch Fatou bei dir. Über mir ist einer Fatou. Da wo du gerade bei ihm warst ist einer. Ja der ist da im Gang außen. Der hat aber mich in der Trunnel gesehen. Ach die scheiße die Luque hier ist nicht. Nicht. Oh hab ich die falsche verstärkt. Nice. Ja du hast die hinten bei mir zugemacht. Ja das wird aufgeschlagen. Über mir glaube ich. Ich hab genau die Camp. Ja Dalu die Treppe über dir. Ja. Der Tamid sitzt da direkt. Haben mich aber mit einer Drohne gespottet. Der war weg. Das war der Tamid. Nice. Dann sind wir erstmal safe. Über mir ist noch einer wieder. Dronne. Dronne. Da neben dir. Hab sie. Ja. Ist nicht so schlimm. Ich mach einfach den Kameramann. Ich guck den Gang lang ne. Ja. Dalu ich hab auch eine Camp bei dir. Schön. Der war entspannt. Ich glaub da war einer im Gang. Hat Dalu gekillt. Boom. Dalu wird geschossen. Ne 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 ne. Der wird gleich in meine Band verlegen. Ich glaub das war links da in dem kleinen Raum. Genau. Ja aber da liegt nur eine Falle. Okay. Dau ne. Ja das war so laut. Oh durchs Loch durchs Loch durch den Drohnen Schlitz. Das heißt südlich draußen. Dein das Fenster ist auf an der Seite. Ja da hat einer durch mich durch den Schlitz da. Ganz hinten seilt einer rum. Und er ist in meine Bärenfalle gegangen. Da kommt die Ash runter. Achtung. Guck zu dir Dalu. Lauf der Treppe. Ich mach hier noch mal. Er ist low. Er ist low. Sehr gut. Schön. Und hinter mir in der Tür. In dem Kontrollraum hier vorne. Ja da vorne war er. Wo? Der steht da noch. Der Sledge ist das. Mit der SMG. Gerade zu oder was? Ja wenn du raus gehst direkt. Aber mich hat er direkt weggesnackt. Also lass es einfach weg. Ja genau da. Boah es ist hell. Supernova halt. Geht einfach zurück in den Raum. Guck es funktioniert. Das muss ich einfach sagen und es funktioniert. Geht zurück in den Raum. Einfach nur weiß. Ah Jäger ey. Ich liebe ihn. Keinen einzigen Jäger hab ich jetzt gesehen. Ja ich auch nicht. Ich hab sie zwar gesehen. Aber ich hab keinen erwischt. Weil ich die ganze Runde in der Kamera war. Das war voll spannend. Bestimmt zuzuschauen. Hallo Card Carrot. Ach Quatsch. Ein bisschen Glück gehabt. Aber wie ihr die Ash da auf der Treppe zernommen habt. Meine Herren ey. Bei der ist glaub ich einfach der Monitor ausgegangen. Blue Screen. Da ist sie. Links, rechts. Weg. War schön. Das ist also dieses Ranked. Von dem man die mal Richtung. Ja. Seht schon komm. Nächstes Match dann. So eine völlige Wack Truppe. Alle drehen sich. Schießen durch Wände. Gibt's das mittlerweile eigentlich? Gen-Hack. Gen-Hack? Äh hier. Ein Cheat Protection-Mass? Ja das man sich dreht für Aimbod. Also es bin-Hack. Oh keine Ahnung ob es den gibt. Ich bin da nicht so gehocken. Ich bin da nicht so gehocken als das Hack für geht. Ich glaub wall-hack ist ja wohl das einzige was du brauchst bei Rainbow. Ja. Das reicht vollkommen aus. Ist ja der beste Aimbod den es gibt. Leute. 10 Sekunden. Oh, die haben nur zwei Operator mit Z4, ne? Das können wir jetzt richtig knacken. Da müssen wir den Raum oben einnehmen. So, wenigstens habe ich Kameras. Im Ziel. Ja, Mann, ist auch in der Nähe. Auf jeden Fall wieder den Raum hier oben, wo wir vorne auch rein sind, einnehmen. Passt auch Fenster auf, aber die haben nicht so auf. Die waren, glaube ich, alle unten, bevor es losging. Ja. Hier seht ihr meine Drohne? Ja, ne? Geh hier mal rein. Das Badezimmer ist clear. Ja, der ganze Raum ist clear. Geht hier rein. Richtung Treppenhaus. Unten ist direkt ein Dorken in der Wand. Wir haben die Frost hier drin. Wir haben auch den Rook, ne alle drin. Wir barrikadieren sich ja gut rein. Also vier sind drin. Ein Roamer. Sehr schön. Und die haben sich auch mit dem Castle eingesperrt und so. Aber für Roamer wo und wie und was, das war er wohl. Loy. Was denn gerade? Hier können wir auch noch aufmachen bei Bedarf, ne? Au, au, außen. Was war was denn? Oh, da ist auch einer. Genau unter euch ist einer. Ja. Da, irgendwo ist der hinter. Weg, weg, weg. Slash, weg. Ich hab'n Slash-Bang rein. Ah, ne, Wanderl, du Scheiße. Ja, da wo ich ping' auf. Ich mach' mal das Fenster von draußen jetzt mal auf. Alex, hinter dir. Raus kannst. Ich komm' mal ne Slow. Ich reinsprung, Rieser. Da kommt genau einer. Der fucht genau hierher. Da, wo der letzte Operator scanning. Dog, letzter. Oh, das Schild. Dass er das Schild wegnimmt, wenn man runter springt irgendwo, ne? Oh, oh, oh. Der wurde richtig gelöscht. Achtung, beide die gleiche Idee und dann, okay. Er hat sich auch direkt in die Ecke gelegt. Ne, keine Lust mehr. Ja, das war's für mich. Tschüss. Was ist denn dieser Ack lag? Ich wollte gerade sagen, haben wir es umgenannt? Das hab' ich noch nie gelesen. Das hab' ich auch noch nie gelesen. Gehen wir nach Ack lag, oder? Das ist der Raum, den die gerade hatten. Das ist derselbe Raum. Willen wir die Falltüren verstärken? Ja, und dann brauchen wir einen Jäger, haben wir. Sehr gut. Ja. Ach, Dalu immer noch vor mir. Ja. Drei Assists. Wart mal, warte mal, warte mal, warte mal eine Killfair ist. Ja. Ja, eben gerade. Alle drei abgestaubt. Abgestaubt, ja. Wer macht oben? Geh hoch. Vielleicht Frost, weil dann kannst du ja schon noch ein paar Bärenfallen hinlegen. Schön auf die, äh, verstärkte Lupe, das ist immer gut. Oder bei den Fenstern, ne? Ja, die gehen ja schon vorher da rein. Die sowieso, ja. Oh, Alter. Das ist die Drohne, nicht? Die ist reingefallen, glaube ich, in das Ding. In das Wasser? Ja. Guck mal, ob das da was bringt, das Abwehrgerät. Aua, Drohne. Jo, jo, jo. Ich möchte nur meine Weste haben. Meine Empfindlichkeit ist nicht darauf ausgelegt, Drohnen zu treffen. Ja. Mach mal links wieder auch auf. Links. Schaffe ich ihn nach, hoffentlich. Links offen. Ja, ich weiß. Komm, 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 komm. Danger Seeker. Wo? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wo sind die denn? Äh, vorne. Sind die in Richtung Osten? Ich seh die auch nicht. Ist da nicht die Kamera von uns? Ja. Hier wurde gerade irgendwas aufgeschlagen. Da, du. Ja, oben. Könnte das richtige Fenster sein, wenn ich Glück hab. Ganz oben, ja. Ne, ganz oben in der Brücke nicht. Boah, das ist einfach zu hell, diese Map. Andere Tür. Tamid macht auf. Ja. Er ist in meine Falle gelaufen, oben in dem Raum, wo die beiden... Da sitzt es an der anderen Wand, Tamid. Wo die beiden Luken dicht sind. Du hast ne ACOG, oder, Corny? Ja, aber ich seh... Oh, hat die Kamera von. Dann tauschen wir, wir tauschen. Pass auf, ich steh in der Ecke jetzt, wo du standst. Die machen die Kamera nicht kaputt. Sind die dumm? Da, du, bei dir kommt einer rein, oben. Da, wo wir eben angenommen haben. Er ist weg. In dem Raum. Da sind zwei, die haben sich aufgestellt. Bei den Lupen, die wir eben aufgemacht haben. Mhm. Und der Tamid plantet nochmal auf der anderen Seite, Corny. Also da, wo er schon mal aufgemacht hat, glaub ich. Renn weg, Tamid. Der ist immer noch oben. Der ist jetzt raus aus dem Raum. Wo ist er hin? Ist da noch links was? Ja, ne. Jetzt, rechts kommt gleich der Fuse. Fuse, Tamid sind beide da vorne. Tamid ist jetzt bei dir oben, Dalu. In der Nähe. In dem Raum aber noch drin. Mit den Lupen, ja? Ja. Er ist jetzt durchs Fenster rein. Er kommt jetzt Richtung Treppenhaus gerannt. Mit mir so? Rechts, links? Bei dir, da liegt der Fuse. Links. Blackbeard. Der liegt rechts. Blackbeard, links. Hab noch einen, ich bin down. Ich weiß nicht, ob hier noch wer drin ist. Links. Grisa. Ja, das ist Blackbeard. Der entstellt echt gut. Ich stell... Ja, komm, ich stell hier auf. Blackbeard, fast down. Draußen ist auch noch Fuse. Komm, no risk, no fun. Ich markier Fuse einmal. Da. Da ist Fuse. Blackbeard ist verletzt. Hab ich's. Ja, nice. Blackbeard, ja. Mein kill, mein kill, mein kill. Was? Achso, den hast du gedowned. Ja. Ah, hat aber nicht gereicht. Nein, ey. Alter, neun und sieben. Wir wollen gar nicht mitspielen. Ich werde demnächst nur noch meine Kameras und dann erschieße ich mich selbst. Ich hab das Kick da gesehen durch die Kamera. Also... Goldene Pumpka, ne? Richtig schön hier. YouTube Money. Muss, muss. Unranked. Gold ist das, da wird jeder eingerankt, oder? Nein, Spaß. Doch, da wird wirklich jeder eingerankt. Ja. Das hat er ein bisschen geschickt aus. Ja, genau. Ich habe dich angst, ja. Ja, schweiß zusammen. Ich gebe das. Ich gebe es mal. Ich gebe es mal. Ich gebe es mal.